Dieser Fipronil-Skandal hat seine Ursache in der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Diese Art und Weise ist auch verantwortlich dafür, dass die Nitratbelastung im Trinkwasser so hoch ist. Da wird gewarnt, das Trinkwasser muss immer aufwendiger gereinigt werden. Experten sagen, dadurch könnte der Preis für Wasser um 60 % steigen. Irgendwann gibt's Trinkwasser nur im Flakon. 47,11 Euro höllisch teures Wasser. Der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck erklärt die Sache mit dem Nitrat so. Die Kühe und die Schweine kacken und pissen zu viel. Ja und nein. Es stimmt nicht ganz. Die Kühe und die Schweine kacken und pissen nicht mehr als sonst. Es sind zu viele Kühe und Schweine. Kacke ist die Massentierhaltung. Die industrialisierte Landwirtschaft wird extrem gefördert durch Subventionen. Der Landwirtschaftsminister Schmidt vertritt da eine andere kühne These. Die Landwirtschaft hat keine Subventionen. Sie hat nur öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Okay, so kann man's auch ausdrücken. Der Landwirtschaftsminister ist ja nicht dumm. Er hat nur die dicksten Kartoffeln. Agrarsubventionen machen den größten Posten im EU-Haushalt aus. 40 % des EU-Haushaltes sind Agrarsubventionen und die werden nach Fläche vergeben. Also mehr Hektar gleich mehr Kohle. Und das wiederum führt dazu, dass 2 % der Landwirte über 30 % der Subventionen einheimsen. Jetzt könnte man sagen, okay, man deckelt das. Subventionen ab einer bestimmten Größe bleiben dann einfach gleich. Was würde dann passieren? Das weiß der Bauernpräsident von Mecklenburg vor Pabon. Wenn die Kappungsgrenze bei 300 Hektar eingeführt wird, könnte ich meinen Betrieb doch sofort teilen. Dann mach ich aus einem 2. Clever. Der Mann könnte für die Autoindustrie arbeiten. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Bauernvertreter sind fast immer auch selber Großbauern, die Subventionen einstreichen. Z.B. Joachim Ruckwied, Präsident des Bauernverbandes, der bekommt 88.000 Euro Subventionen. Sein Vize, Werner Hilse, 64.000 Euro. Es gibt auch Politiker im Bundestag, die von den Subventionen profitieren. Z.B. der CDU-Abgeordnete Kees de Fries. Dessen Familienbetrieb kriegt über 400.000 Euro. In welchem Ausschuss der sitzt? Natürlich im Landwirtschaftsausschuss. Logisch, dass diese Leute sich nicht stark machen für eine Reform der Agrarsubventionen. Das ist, als würde Audi sagen, kommt, wir bauen aus Quatsch einfach mal ein sauberes Dieselauto. Politik und Landwirtschaft verstehen sich blendend. Christian Schmidt und Bauernverbandspräsident Ruckwied haben ein gemeinsames Hobby, nämlich Fototermine. Man sieht sie ganz oft miteinander. Hier beim Händeschütteln oder mit dem Fisch oder hier mit der goldenen Brezel oder beim Grillen oder das hier, äh, wahrscheinlich auf der Erotikmesse. Das mit den Agrarsubventionen wird sich also erst mal nicht ändern. Dafür sorgt die Politik. Die Großbauern können sich also freuen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020